Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Lobaka. Weiter geht's mit Drakensang in der Rattenhöhle. Und wir schauen auf die verwundbarste Stelle von Rulana. Zum Glück kämpfen wir gegen Ratten. Man kann sagen, der Schulterschutz hat ein wenig Überhang. Von vorne geht's, von hinten schwierig. Und es schwebt auch ein bisschen. Aber gut, wir laufen mal weiter. Ja, was hast du noch? Ach, den defensiven Stil hast du noch an. Den können wir mal, ja, ja, nehmen. Den lassen wir beim nächsten Mal, glaube ich, weg. Das Gefühl, der war nicht so hilfreich. So, wie viele sollen noch kommen? Wollte ich gerade fragen. Und da kommen die Nächsten. Ja, ich würde jetzt wieder Fernkampf machen, aber es scheint ja nichts zu bringen. Ich stelle Gwendala mal hier oben hin. Und würde dich mal bitten auf die Entfernung. Denn 17 Meter kannst du damit schießen, machst du aber trotzdem nicht. Dann hol den Bogen raus, wenn du es nicht anders kannst. Dann bleibst du wenigstens hier stehen. Du darfst Wucht schlagen auf die erste Ratte. Du darfst Wucht schlagen auf die zweite Ratte. Und du darfst Wucht schlagen auf die dritte Ratte. Ich muss mal diese Sachen hier... Du darfst auch auf die zweite Ratte draufhauen. 10 ist jetzt nicht so gut gewesen. 56 war allerdings ziemlich gut. Darf ich mal ganz kurz gucken? Entschuldigung. 56. Wer war das? Vorgrim. Glückliche Attacke mit Wuchtschlag. Vier mal 14 Trefferpunkte plus drei Wunden. Wolfsratte tot. So soll es sein. So. Vorgrunden, du stehst hervorragend für einen Befreiungsschlag. Ja, wenn du stehen geblieben wärst, du Nase. Oh Mann ey, wirklich diese Leute. Aber gut. Attach ist vergiftet. Ich will Dana bitte mal helfen. Darf ich mal nach vorne und im Klaren purum auf Attach sprechen. Aber das ist jetzt nicht das Problem hier gerade. Die Truppe von Ratten, die wir hier haben. Das scheint okay zu sein. Attach, fang schon mal an. Achso, ja. Eigentlich müsstest du gar nicht das machen, sondern was anderes. Also Vorgram sammeln. Und Attach. Na gut, jetzt kannst du die auch einsammeln, die Dinger. Hier, Attach. Na gut, dann fängst du eben unten an. Ha, der macht mich fertig. So, so, so. Und hier noch. So, Rulana, du kannst auch einen machen wieder. Ja, jetzt habt ihr euch in die Enge gekriegt. In die Quere, meine ich. Und jetzt kommen die Nächsten schon. Was ist denn hier los? Was ist denn hier eigentlich für ein Dunst? So, Gwendala, jetzt bist du mal dran. Also, wenn sie einzeln kommen, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich möchte gerne wissen, was hier los ist. Mit diesem Flirre. Also, hier ist irgendwas. Es leuchtet auf jeden Fall rot. In dieser merkwürdigen Kristallhöhle. Ich glaube, die beiden Zwerge kriegen schon ganz blitzende Augen, weil sie glauben. Es blitzt auf jeden Fall. Oh. Okay, jetzt kommt der Endgegner. Oder es kommen auf jeden Fall Kristallhöhle. Halleluja. Ja, die Musik ist jetzt verfrüht, würde ich sagen. Die Rattenplage wurde aktualisiert. Was steht denn da jetzt Schönes? Mutter Ratzinski. Mutter Ratzinski. Ja, auch echt. Eine mutierte Ratte ist die Quelle des Übels. Sie scheint die Mutter- und Rudelsführerin all dieser Plagegeister zu sein. Wenn ich sie beseitige, dürfte das folglich auch das Ende der Plage sein. Na dann. Auf in den Kampf. Weißt du was, Athos? Fang doch mal an. Ich würde so gerne, dass du einfach einen Fulminictus abgibst. Aber du musst immer unbedingt nach vorne rennen. So, das war's schon. Du hast keine Ausdauer. Das ist ein bisschen doof. Aber wir machen es mal erstmal mit zwei einfachen Wuchtschlägen. Mit direkt Wuchtschlägen. Und du kannst noch ein bisschen warten, sozusagen. Oh, natürlich geht es gleich wieder gegen Ulana. Und es kommen auch eine ganze Reihe von anderen. Also es geht, aber... Okay. Wendala, gerne einen Schritt zur Seite. Ulana, machst du mal... Drehst du dich mal um, bitte? Ich möchte eigentlich lieber erst kleinen weghauen. Ja, und auch daneben, ne? Die kriegt jetzt nicht so richtig viel ab. Noch ist alles gut. Was machst du? Schießt mit Pfeil und Bogen. Mach mal ruhig noch einen Fulminictus hier. Vielleicht besser sogar auf die andere Ratte. Okay. Okay. Anders kriegt ein bisschen was... Was ist nun los? Der Boden wackelt auf jeden Fall. Probieren wir es mit Wuchtschlägen weiter. Ich weiß nicht, ob die anderen... ...immer dann weitermachen. Ach! Gwendala, wirklich. Verflixte Axt, ey. Jetzt müsst ihr euch mal ein bisschen um Gwendala wieder kümmern. Tatsächlich mal. Ich meine, es könnte sein, dass die anderen immer wieder kommen. Aber ich möchte jetzt nicht Gwendala verlieren. Du kannst schon mal einen Einbeerensaft trinken, Gwendala. Nein, du nicht, Rulana. Du sollst da hin. Ach! Ziel halt auf den Schwanz. Wenn da... Ach, die ist schon sterbend. Aber sie hat doch noch 15 Lebensenergie. Ah, sie hat wahrscheinlich wegen 5 Wunden, bis dann zu krass war. Ach, verflixt! So, Axtausch, Sohn des Agrossos. Du kriegst jetzt auch gerade einiges ab. Bitte einmal Heiltrank. Und jetzt müsste eigentlich jemand verbinden, weil das geht ja so auch nicht. Beide auf eine. Und Vorgrem kommt mal auch mit rum. Alter, jetzt stirbt der auch! 5 Wunden sind zu viel. Verstehe. Ja, schafft ihr das alleine, ihr beiden Tanks? Wo bist du denn, Vorgrem? Du stehst unter der Ratte. Du stehst in der Ratte. Du Dreckstück. Nein, du sollst nichts aufsammeln. So, einmal Wuchtschlag da. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. So, jetzt beide Wuchtschlagen hier. Wuchtschlagen immer auf die große Druff. Naja, gut. Wenn ihr nicht Wuchtschlagen könnt, dann eben nicht. 16. So, und jetzt doch wieder auf die Kleine, weil die Kleinen machen diese Wunden, glaube ich. Die haben beide gegen Kleine gekämpft, als sie gestorben sind. Aber es sieht jetzt wieder ganz gut aus. Die beiden sind halt echt einfach gut. Ah, jetzt kommen die Nächsten. Jetzt sollten wir uns beeilen mit der Mutter. Ach, Leute. Haut drauf. Ordentlich jetzt. 11. Wie viel hat sie noch? 73. Okay, Ausdauer ist schlecht. Wir könnten... Was können wir denn noch trinken? So, Rulana. Ganz schnell mal Einbeerensaft reinzwirbeln. Leichter Wundbrand. Das ist halt der Kack. Ne, ne, ne. Rulana. Was machst du? Du sollst erst mal die Mutti weghauen jetzt. 10. 32 hat sie noch. Ach. Kriegt aber jetzt echt einiges ab. So, wer hat denn die ganzen... Jetzt die ganzen Heiltränke. Du hast doch welche in der Tasche. Leg sie dir doch hier rein, Mann. So, Heiltrank. Das funktioniert schon mal wieder. Und jetzt ist es aber echt... Die drei sind echt anstrengend. Komm, noch einmal auf die Mutter. Die Mutter muss doch jetzt mal sterben. Jetzt kriegt Vorgrim was ab. 13. Wie viel hat er noch? 14. Komm. 8. Jetzt ist sie fast weg. 6 noch. Jetzt muss allerdings Vorgrim dringend mal einen Heiltrank trinken. Jawohl. Rulana trifft. Komm. 13 auf die Kleine. Jetzt nur einmal die Große treffen. So. Sehr gut. Okay. Gift ist scheiße. Aber kriegen wir jetzt hin. Okay. Beide auf diese. 10. 11. Irgendwo knackelt schon wieder was. Irgendwelche Wände knackeln. Vorgrim. Einmal Einbärensaft. Das sollte es jetzt gewesen sein, wenn es nicht noch mehr kommt. Allerdings sind die beiden wirklich ziemlich fertig. Unsere beiden Freunde. Steht wieder auf. Ich kann euch nicht mehr sehen vor lauter Ratten. Dankeschön. Rulana. Rulana, du bist dran. Du darfst dich einmal selbst mit einem Tee begnügen. Vorgrim geht's gut. Der hat das. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Was war? Du kannst schon mal sammeln, 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 sammeln. So, Rulana. Einmal... Jep. Einmal Gwendala entgiften. Jawohl. Einmal Arthasch entgiften. Jawohl. Dann einmal Arthasch verbinden. Vielleicht sogar zweimal. Während wir hier munter Wolfsratten-Schwänze ausnehmen. Dann kannst du mal anfangen, hier auszunehmen. Und Rulana kann die Gwendala verbinden. Gut. Gut. Alle wieder erstmal auf dem Damm. Das war nicht ohne. Und die große Wolfsratte, die hat... Da gibt's nix, oder was? Doch, da. Tote Mutter Ratzinski. Vorgrim. Schau doch mal rein. Wir haben einen magischen Ring. Vendala. Der ist für dich. Da schauen wir mal, ob wir den identifiziert kriegen. Das ist ein Ring des Lebens. Ein goldener Ring mit einem eingefassten Edelstein. Der Ring erhöht die Lebenskraft des Trägers auf wundersame Weise. Maximal Lebensenergie auf plus 10. Wem geben wir das jetzt? Weil Athosch gerade gestorben ist, geben wir es vielleicht ihm. Und er hat auch gerade keine Ringe an. 50 Lebensenergie. Nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt bin ich noch gespannt, was passiert, wenn wir die ausnehmen. Oder ob da was passiert. Sie ist schwer anzuklicken. So viel wissen wir. Ja, das geht auf jeden Fall. Aber er hat, glaube ich, noch ein paar andere. Obwohl, ne, er ist jetzt bei der Mutti. Da gibt es nichts, natürlich. Aus jedem kriegst du ein Lederbändchen rausgeschnitten. Und aus dem Riesenviech kriegst du nichts rausgeschnitten. Na gut. Wenn du es so möchtest. Jetzt müssen wir Worwisch. Also das scheint es gewesen zu sein in der Höhle. Wir gucken aber trotzdem noch mal, weil es hier so blinkt und funkelt. Ob wir noch was finden. Also aber. Die sah gut aus, die Mutti. Was willst du denn jetzt? Steht hier so eine Ratte. Du müsstest auch jetzt verstanden haben, dass das nicht so einfach wird. Wird sowas von ausgenommen. Kann dir sagen, doch. Aus dir machen wir eine schöne Bogensehne. Oder auch nicht. Wenn wir keine Sehnen finden. Unten geht das natürlich nicht. So. Im Skelett ist nichts. Hier ist nichts. Sieht zumindest nicht so aus. Hier war das Nest von ihr. Vielleicht ist da noch was drin. Ne. Ratten sammeln leider keine Schätze, ne? Und es blinkt so schön, aber es bringt uns alles nichts. In Skeletten ist auch nichts drin. Na gut, dann gehen wir weiter. Frohenmutes. Oder auch nicht. Hier geht's gar nicht weiter. Wir müssen wieder raus. Ach, liebe Leute. Ich finde, wir haben uns dringend ein Bierchen verdient. ein Pferdocker. Ein Pferdocker. Hier geht's gar nicht weiter. Arthasch hat sich verlaufen. Ist noch ein bisschen verwirrt. So eine große Ratte hat Arthasch jetzt auch noch nichts gesehen. Denn er war nur so groß wie das Bein der Ratte. Ach, Vorowish. Da stehst du rum, oder was? Der will uns auch nur verarschen. Da seid ihr ja. Ich werde euch folgen. Sagt mir Bescheid, wenn wir in eine andere Etage wechseln sollen. Ja, du kannst mich mal zum Ausgang bringen. So, aber wieder. Eine Mission erledigt. Und zwar ganz gut. Also klar, wir sind beide gestorben jetzt einmal. Aber es war, es hat funktioniert. Ich warte hier auf euch. Tiefer in den Keller werde ich nicht gehen. Vorowish. Ihr braucht nicht mehr zu warten. Die Arbeit ist erledigt. Euer Rattenproblem sollte der Vergangenheit angehören. Tatsächlich, ich kann es kaum glauben. Erzählt mir mehr. Ich bin hinabgestiegen in die tiefsten Abgründe unter Fairdog und habe dort die Mutter aller Wolfsratten ausfindig machen können und diesem Monstrum ein für allemal Einhalt geboten. Ihr seid ein Held aus dem rechten Fels. Erzählt mir mehr. Ich mag diese spannenden Geschichten. Sehr viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe der riesigen Rattenmutter und ihrer Sippschaft den Gar ausgemacht. Das ist alles. Ach so, tja. Dann sind wir hier wohl tatsächlich fertig. Ach ja, bevor ich es vergesse, hier ist eure Belohnung. Können wir jetzt wieder hinauf? Und auch ohne Ratten gruselt es mich hier irgendwie. Noch einmal sicherlich auch wirklich alle Ratten. Ne, wir haben schon 150 Ratten umgebracht mindestens. Ich glaube, es ist alles erledigt. Wir können hinauf gehen. So, haben wir jetzt ein Bier dabei? Sonst gehen wir in die Kneipe. Obwohl, wir haben zu Hause, glaube ich, auch noch 200 Fässer Bier gelagert. Was haben wir denn jetzt als Belohnung bekommen eigentlich? Oder haben wir nur Geld gekriegt? So fünf Dukaten oder sowas wahrscheinlich. Worüber ich mich früher mal gefreut hätte. Aber jetzt ist das schwierig, Leute. Ihr lauft mir wieder die ganze Zeit vor der Nase rum. So, Kneipe wäre da vorne, oder? Obwohl, die ist ganz schön weit weg. Zum flinken Frettchen wollen wir da jetzt noch ganz hin. Obwohl, wir müssen eh zum Breyersplatz. Ne, Moment. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir haben jetzt gar nichts mehr. Wir müssen nach Morolosch. Beziehungsweise nach Talon. Ja, diese Sachen für eine Handvoll Dukaten. Achso, ja genau. Da wollte ich ja noch mal hin. Wollte noch mal gucken, ob wir von... Bei den Stirbrands noch mal irgendwas erledigen können. Lara and Daikmola steht hier rum. Wo ist denn... Wo ist denn unser Freund? Hallo? Ach, mit dir kann man gar nicht sprechen. Hm. Mal sich alle in Position stellen, um dann nichts zu sagen. Schnell, geht ins Lagerhaus. Herr Störrebrand wartet schon auf euch. Es ist dringend. Das habe ich mir gedacht. Ich wollte gerade reingehen, aber... Da ist er... Da ist... Achso, was ist denn jetzt los? Hi. Äh, Leute. Keine Angst. Ich komme. Ich durfte gerade nicht rein. Also ein bisschen mehr prahlen, dass wir jetzt die Lager... Die, äh... Die Rattenplager aufgelöst haben, könnten wir schon noch, ne? So, hier sind wir wieder in dem Ding, wo wir schon mal... Ne, das sieht nur so ähnlich aus. Emmeran, mein Freund. Ich komme in güldener Rüstung. Ich trage kein Schild. Warum eigentlich nicht? So. Tretet näher. Mein Name ist Emmeran Störrebrand. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Ja, Sir. Das ist korrekt. Wie, das ist korrekt. Er hat doch seinen Namen gesagt und dass er sich freut. Das ist korrekt, Sir. Sie haben ihren Namen richtig ausgesprochen und es ist auch richtig, dass sie sich freuen. Was ist passiert? Alle laufen so aufgeregt herum. Oh Gott. Es schmerzt mich zutiefst, euch dies zu erzählen. Doch ihr müsst davon erfahren. Das Haus Nysbeck hatte uns zu Friedensverhandlungen auf neutralem Boden geladen. Regolan sollte sich mit Vito Nysbeck vor den Toren des Prajos-Tempels treffen. Das Ganze entpuppte sich als Falle. Von Vito Nysbeck lanciert und verübt von diesem Taschmann. Da das Treffen am Heiligen Tempel des Prajos stattfinden sollte, hatte Regolan nur wenige Leute zu seinem Schutz bei sich. Doch wurden sämtliche Begleiter unter einem Vorwand von der Stadtwache abgeführt. Dieses Scheusal von Obergardist schreckt für Geld vor keiner Schandtat zurück. Dort, in Prajos-Antlitz, habe ich meinen geliebten Sohn verloren. Durch die Hand dieser Ratte. Regolan. Was ein Verlust für mich bedeutet, vermag ich kaum in Worte zu fassen. Niemand soll glauben, dass er mit dieser Untat davon käme. Auch keine Ulvine Nysbeck. Meinen Zorn zu wecken ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nun brauche ich eure Hilfe. Verstehe. Mann, dass wir jemals für die gearbeitet haben, für die Nysbecks. Das ist wirklich Schande. Ein großer Schandfleck. In unserer Geschichte. Natürlich werde ich euch helfen. Was kann ich für euch tun? Hab Dank. Mein Sohn sah in euch einen Freund. Ich tue dies auch. Nennt mich Emmeran. Nun, Taschmann dachte wohl, dass er diesen feigen Mord vertuschen könne. Sich mit weiteren Lügen aus der Situation herausfinden wollte er sich. Doch dem ist nicht so einfach. Auch wir Störerbrands haben überall Augen und Ohren. Und es gab Zeugen. Nun ist die Stadtgarde hinter dem ehemaligen Obergardisten her. Doch er ist untergetaucht. Fairdog konnte er nicht verlassen. Alle Stadttore werden kontrolliert. Meinen Informanten zufolge gibt es nur eine Möglichkeit für ihn, der Stadt zu entfliehen. Und das ist über den großen Fluss. Ihr sollt ihn für mich finden. Sucht Taschmann. Er darf Fairdog nicht verlassen. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn nicht. Stattdessen brächt ihm jeden einzelnen Knochen in seinem Leib. Aber lasst ihn leben. Ich brauche ihn als Zeugen gegen Ulvine Nysbeck. Ich zerstöre dieses niederträchtige Haus. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Es wäre mir eine Ehre, euch zu helfen. Für das Andenken Regulans. Nichts anderes habe ich von euch erwartet. Athos, Sohn des Sagrosos. Eure erste Anlaufstelle sollte einer meiner Informanten sein. Sein Name lautet Kalandor Kupines. Den kenne ich. Er hat einen Marktstand, nicht unweit von den Anlegeplätzen. Er weiß über alles Bescheid, was am großen Fluss vor sich geht. Alles klar, Emmeran. Ich mache mich sofort auf den Weg. Ich renne. Ich werde auch hier nichts plündern. Auch wenn es bestimmt noch irgendwo eine Kiste gibt mit Kohle drin. Mann, 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 Mann. Diese Nysbecks und Regularen. Der war ja echt mal ein freundlicher Typ. So viele haben wir davon nicht getroffen. So, und ihr habt mich auch schon beim vorletzten Video, glaube ich, daran erinnert, dass ich eventuell Geld sparen wollte für ein Schiff. Das können wir jetzt direkt nochmal gucken. Ich glaube, das kostet 1000 Dukaten. Theoretisch, glaube ich, könnte ich die schon auftreiben, wenn ich einfach meine Schränke verkaufen würde. Also den Inhalt meiner Schränke. Wo liegen wir jetzt? 473. Naja, könnte ein bisschen knapp werden. Aber fast sind wir schon da, glaube ich. Also mit allem, was in den Schränken liegt. So, Kupines sollte hier vorne sein. Jawohl. Und hier der Händler vom Schiff. Der stand doch hier um die Ecke. Mit dem spreche ich jetzt auch nochmal kurz. Nun, wie schaut es aus, dieses prachtvolle Schiff? Hinter mir habe ich im Angebot. 1000 Dukaten, ja. Ah, ihr seid nicht nur fachkundig, was Schiffe anbelangt. Ihr habt um drei auch ein gutes Gedächtnis. Ja, gut, okay. Das überlegen wir uns nochmal, beziehungsweise das werden wir dann irgendwann mal tun. Die sparen wir dann auch an. Kalandor Kubines, mein Name. Und exotische Waren aus ganz Aventurien in meines Ordnisses. Das ist sehr schön. Ich bin auf Geheiß Emmerant Stirrbrands hier. Er meinte, ihr wäret der richtige Mann für mein Anliegen. Ja, gewiss, gewiss. Wie kann ich helfen? Man sagte mir, ihr wäret stets im Bilde über das, was sich hier am Hafen so tut. Ich suche einen Mann. Er wird versuchen, Ferdock auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Und am schnellsten ginge dies über den Fluss. Hm, ihr sucht also ein Passagierschiff. Nun ja, solche gibt es hier eher selten. Die meisten Schiffe, die hier Halt machen, sind nun mal Frachtschiffe. Was aber nicht heißen soll, dass man sich nicht bei dem ein oder anderen eine Überfahrt erstehen könnte. Wenn ihr jemanden kennen würdet, der solche Überfahrten dennoch ermöglicht, was würdet ihr dann für dessen Namen verlangen? Nichts in eurem Falle. Betrachtet das als Geschenk an Emmerant Stirrbrand. Grüßt ihn herzlich von mir und bekundet ihn nochmals mein Beileid für den Verlust seines Sohnes. Das werde ich. Wen muss ich aufsuchen und wo finde ich diese Person? Lasst mich überlegen. Ja, um diese Zeit sollte sie noch da sein, aber ihr solltet euch sputen. Geht nach Fuhrmannsheim. Dort am Brunnen solltet ihr eine Arnelia Enko vorfinden. Gegen das nötige kleinen Geld verschafft sie Leuten ein ruhiges Plätzchen zwischen den Säcken und Kisten der Transportschiffe. Wenn derjenige also über den Fluss aus Ferdock verschwinden will, dann kann er eigentlich nur bei ihr gewesen sein. Hab Dank. Ich mache mich sofort auf den Weg. Das solltet ihr. Demnächst verlassen nämlich wieder einige Schiffe den Hafen. Er könnte bereits auf einem von ihnen sein. Oh Gott, ja, jetzt fängt er an zu hampeln. Ganz am Ende. Ja, ich laufe ja. Ich laufe, ich laufe. Ich glaube, ich muss da runter. Richtung Fuhrmannsheim. Ich hoffe, ich bin richtig. Fuhrmannsheim. Ja, ich bin richtig. Ausnahmsweise bin ich mal richtig gelaufen. So, Fuhrmannsheim, willkommen. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Am Brunnen in Fuhrmannsheim. Den Brunnen kann ich mir jetzt gar nicht mehr erinnern. Aber wir werden ihn schon finden. Ja, der Taschmann ist ja sowieso, der war ja von Anfang an auf unserer Liste, der höchst verdächtigen Menschen. Allerdings würde ich ihn lieber für die Sache mit Ardo drankriegen, als jetzt für was anderes. Aber ich nehme es auch andersrum. Wir lassen ihn ja auch im Leben. War die Idee. Diese Blutflecken. Immer noch hat die keiner weggewischt, Mann. So, ist er hier schon? Ne, steht da, steht da. Da vorne. Da sind schwarze Augen. Und da ist sie auch. Ernsthaft, liebe Leute. Wollt ihr mich veräppeln? Da mache ich mir jetzt nun keine Sorgen. Pass auf, der Anführer kriegt jetzt erstmal von allen einen auf den Dütz. Und wenn Dala schickt, den da hinten. Ach nee, der haut schon ab. Flusskarpfen, Anbarche. Die ist natürlich auch lustig, die Dame. So, Streitkolben, Silbertaler. Hier werden die Leute umgehauen und sie ruft die Schiffe durch. Äh, die Fische meine ich, nicht die Schiffe. Ja, womit kann ich behilflich sein? Ja, pass mal auf. Arnelia Enko, Taschmann. Wo will er hin? Auf welchem Schiff habt ihr ihn untergebracht? Redet. Taschmann, Schiff? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich warne euch, spielt nicht die Dumme mit mir. Ich habe euch doch noch gesehen, wie ihr mit ihm um eine Überfahrt verhandelt habt. Überfahrt? Ich weiß ehrlich nicht, wovon ihr da redet. Sprecht, Weib. Oder ich werde mit der Stadtgarle zurückkehren. Die wird sich sicher für eure Geschäfte interessieren. Schon gut, schon gut. Ach, dieser Taschmann ist auf dem Weg zum Hafen. Dort liegt die Horasia vor Anker. Er hat sich dort noch einen kleinen Platz ergattern können. Sie soll heute noch ablegen. Horasia, sagt ihr. Gnaden euch die Götter, sollte er kommen. Fische, frische, Fische. Alle Mann. Go. Moment, gibt es einen kürzeren Weg? Doch, da oben rum. Da hinten rum. Lass die Leichen liegen. Du musst ein bisschen aufpassen, was um dich herum passiert, bevor du immer frische Fische machst. Drunk, lass gut. So. Buchnernhafen. Wo ist denn der Ausgang hier? Der ist hier gar nicht. Doch, da ist er. Nee, hier ist ein Gittertor. Doch, wir kommen durch. Alles klar. Wusste gar nicht, dass wir hier durchkommen. Wir haben mittlerweile alle Schlüssel der Stadt, glaube ich. So, auf geht's. Rennt, rennt, rennt. Und, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Taschmann hoffentlich noch stellen können, bevor er auf dem Schiff verschwindet und abreißt. Alles klar, ich renne mal weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Hi. Meine Meeting.